Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Freitag steht das nächste wichtige Spiel an für Schalke bei der SV Elversberg und da ist natürlich die große Frage, kann Assan Uedraogo dort wieder spielen und wie plant Karel Gerrads auch aktuell mit Dominik Drechsler? Genau darüber reden wir heute mal im aktuellen Personalupdate. Zudem gibt es auch News rund um Yusuf Kabadai, denn der hat sich jetzt mal selber rund um seine Zukunft geäußert, wird Schalke die Kaufoption ziehen, ja oder nein? Aber es gibt nicht nur bei Kabadai Transfergerüchte, sondern auch bei 15 anderen Spielern, denn im Sommer soll es einen großen Kaderumbruch geben und viele Spieler, 10, 15, vielleicht sogar mehr, könnten Schalke tatsächlich verlassen. Und diesbezüglich ist natürlich auch klar, dass bei vielen Spielern auch die Zukunft sehr, sehr unsicher ist. Karel Gerrads hat sich mal dazu geäußert, inwiefern das auch ein Problem sein kann im Kampf um den Klassenerhalt. Somit sind das also die heutigen Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Und wir starten natürlich mit dem Blick auf das aktuelle Personalupdate, denn nachdem ja am Sonntag noch Ruhe war, ging es gestern, oder ein Ruhetag war besser gesagt, ging es gestern dann rein in die Trainingswoche, in eine kurze Woche mit der Vorbereitung auf Elversberg, denn gestern wurde öffentlich trainiert. Heute Morgen und Donnerstag ist eben dann Training, ja sehr bezogen logischerweise auf das Auswärtsspiel. Am Mittwoch ist auch bereits die Pressekonferenz und dann ist eben dann am Freitag das Spiel in Elversberg. Und da ist natürlich die große Frage, wie sieht es aus mit Assan Uedraogo? Denn der musste ja gegen Hannover 96 ausgewechselt werden. Es wurde zwar gesagt, er war nur erschöpft, aber es war dann eben doch so, dass er muskuläre Probleme hatte. Und deswegen konnte er ja am Wochenende gegen Nürnberg nicht im Kader stehen. Und am Montagnachmittag war es auf jeden Fall so, dass auch dort Uedraogo zwar beim Teamtraining gefehlt hat, es war so, dass gestern auf dem Platz die Reservisten dabei waren und die Stammspieler eben in der Halle. Und weder dort noch bei der Halleneinheit sozusagen war Assan Uedraogo mit dabei. Und trotzdem gibt es rund um die Personalie auf jeden Fall gute Nachrichten, was seinen Fitnesszustand anbelangt. Denn laut der Bild-Zeitung hat Uedraogo schon am Mittag vor allen anderen einige individuelle Übungen alleine gemacht mit dem Ball und das konnte er auch rund eine Stunde machen. Sprich, er hat eine Stunde trainiert mit Ball und deswegen ist laut der Bild-Zeitung ein Einsatz von unserer Nummer 43 auf jeden Fall möglich. Das dürfte auf jeden Fall machbar sein. Allerdings ist dann noch fraglich, ob es tatsächlich für einen Startelf-Einsatz reicht. Zum einen eben durch ein mögliches Risiko, dass man vielleicht erstmal wieder abwarten muss, was Uedraogos Körper eben dann so für Signale senden wird. Da muss man logischerweise ganz genau aufpassen, aber eben auch bedingt, dass sein Ersatz Yusuf Kabadai auf der Position im rechten Mittelfeld ein wirklich gutes Spiel gemacht hat und auf der 10er Position auch Karaman wieder besser war. Also es könnte auf jeden Fall sein, dass Uedraogo deswegen auch bedingt durch die zuvor jetzt wieder Verletzung erstmal auf der Bank sitzen wird. Und bei Dominik Drexler war ja in der letzten Woche immer wieder die Rede davon, es ist nicht klar, ob er und wann er wieder zu den Profis zurückkehren dürfte. Was auf jeden Fall klar ist, in der aktuellen Trainingswoche ist er weiterhin bei der U23. Karol Gerratz hat nach dem Nürnberg-Spiel gegenüber der BILD Folgendes dazu gesagt. Am Wochenende genieße ich erstmal mal den Sieg. Wie es mit Dominik Drexler weitergeht, darüber mache ich mir nächste Woche Gedanken. Aber es bleibt auf jeden Fall dabei, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Drexler unter Karol Gerratz in der aktuellen Saison nochmal zurückkehren wird. Sprich, er ist jetzt erstmal noch weiterhin bei der U23. Und einen hatten wir ja gerade schon ein bisschen angerissen mit Yusuf Kabadai, der ja gegen Nürnberg ein wirklich gutes Spiel gemacht hat und deswegen auch seinen Startelf-Einsatz gerechtfertigt hatte. Er hat ja als Ersatz für Uedraogo gedient auf der Position des rechten Mittelfeldspielers, aber hat er sogar nach dem Spiel verraten, dass er auch trotz Uedraogo gespielt hätte und es eben dann etwas anders ausgesehen hätte, möglicherweise mit Uedraogo auf einer anderen Position. Aber Kabadai hat sich eben dann wieder in die Startelf gespielt. Und aktuell ist es ja ohnehin so, dass Karol Gerratz unserem 20-jährigen Flügelspieler das Vertrauen schenkt, denn seit dem St. Pauli-Spiel hat Kabadai jedes Mal gespielt. Fünfmal stand er in der Startelf, nur in Hannover kam er als Joker eine gute halbe Stunde zum Einsatz. Aber der Trend ist natürlich schon so, dass Kabadai immer mehr und mehr Einsatzzeit bekommt. Und das, nachdem er ja über den Winter hinweg eine nicht allzu leichte Phase hatte. Die letzten Hinrundenspieler hat er aufgrund von einem Muskelfaserriss verpasst. Gegen Braunschweig zum Beispiel hat er nicht im Kader, gegen Wiesbaden wurde nicht eingewechselt. Dann gegen Magdeburg war er gar nicht mitgefahren, aber danach hat er sich zurückgekämpft, hat sich nicht hängen lassen und zeigt aktuell wirklich auch wieder gute Leistungen. Und da ist natürlich dann noch so ein bisschen die Frage, wie geht es denn nun weiter über den Sommer hinaus? Kauft Schalke Yusuf Kabadai ja oder nein? Er selber kann dazu auf jeden Fall noch nicht allzu viel sagen. Fußball ist ein Tagesgeschäft, wie es mit meiner Zukunft aussieht, wird man sehen. Laut den hohen Nachrichten ist er auf jeden Fall noch nicht entschieden, ob Schalke die Kaufoption ziehen wird oder nicht. Denn das Problem ist eben auch hier, dass das für Schalke auch nicht wenig Geld ist. Kabadai hat hier aktuell einen Marktwert von 900.000 Euro. Die Kaufoption soll sich wohl irgendwo im Bereich rund um eine Million bewegen. Vielleicht auch einen Ticken darunter bei ca. 800.000 Euro. Aber auch das ist trotz natürlich einem fairen Preis bei Beachtung des Marktwertes eben dann schon auch sehr viel Geld für Schalke. Es ist natürlich unsicher, wie viel Transfair-Budget wir im Sommer überhaupt haben werden. Wenn man das nochmal vergleicht mit dem letzten Sommer, da haben wir jetzt auch nur, ich glaube, 3 oder 4 Millionen insgesamt ausgegeben. Da würde natürlich dann Kabadai schon im Vergleich dazu ein gutes Viertel schlucken von dem, was wir komplett investiert haben. Und da finde ich schon richtig, dass sich Schalke da auch wirklich genau Gedanken macht, was Sinn macht und was nicht. Laut den hohen Nachrichten ist auf jeden Fall klar, wenn Kabadai in den letzten fünf Spielen ähnlich stark aufspielt wie aktuell, dann wird Schalke auch ernsthaft darüber nachdenken, ihn zu behalten und diese Kaufoption zu ziehen. Und von meinem Gefühl her wäre es auch die richtige Entscheidung. Denn natürlich ist das für uns im Verhältnis wirklich viel Geld, auch wenn es vielleicht für einen solchen Spieler ein wirklich auch dann fairer Preis ist. Denn Yusuf Kabadai ist eben gerade mal 20 Jahre alt und wenn man ihm eben auch dann den nächsten Entwicklungsschritt zutraut, dann kann er sicherlich auch in der kommenden Saison für uns ein nochmal wichtigerer Spieler werden. Natürlich muss aber auch hier dann geklärt sein, wer Trainer ist und mit welchem System anplant. Denn zum Beispiel mit einer Dreierkette im typischen 3-5-2 ohne Flügelspieler mit einer Doppelspitze würde Kabadai möglicherweise nicht ganz so gut reinpassen. Auch das muss man eben dann hier beachten. Aktuell macht das gut, deswegen ist er eben auch größtenteils gesetzt, kommt ja auch auf vier Tore in 18 Spielen und vor allem ist er für mich einfach mal ein Spieler, der zum Unterschiedsspieler werden kann. Also er hat wirklich die Qualität, mal ins Eins gegen Eins zu gehen, kombinieren zu können, Fußball spielen zu wollen und genau solche Spieler brauchen wir. Zudem hat er noch weiteres Entwicklungspotenzial. Also mein Gefühl ist schon, dass ich ihn auf jeden Fall schon auch behalten würde, wenn Schalke dann eben auch sagt, okay, das Geld dafür haben wir und das können wir dann auf jeden Fall machen. Aber es ist eben noch nicht endgültig entschieden. Auch dafür werden dann die nächsten Wochen entscheidend. Und dadurch kann man natürlich auch ganz gut sehen, dass nicht nur bei Yusuf Kabadai Schalke noch entscheiden muss, wie es weitergeht oder nicht, sondern auch noch bei vielen anderen Spielern. Und diesbezüglich wurde Karrel Gerraths bereits vor dem Spiel letzte Woche gegen Nürnberg gefragt, wie er das denn einschätzt, ob das vielleicht doch für die Spieler ein Problem ist. Dass es eben so ist, dass natürlich deren Zukunft sehr, sehr unsicher ist, bedingt durch Abstieg, ja oder nein, Klassenhalt, ja oder nein, neuer Vertrag, ja oder nein, vielleicht muss Schalke auch Spieler abgeben oder will bewusst Spieler abgeben. Und Karrel Gerraths hat dazu mal Folgendes gesagt. Bei uns ist aktuell alles unklar. Keiner weiß, wo Schalke 04 in zwei Monaten steht. Es gibt keine Garantie dafür. Und deswegen ist das natürlich aber auch irgendwo ein gewisses Problem für die Spieler, weil sie eben nicht wissen, wie es weitergeht, plus eben auch den aktuellen Druck natürlich aushalten müssen, der immens ist, bedingt durch den Abstiegskampf. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Karrel Gerraths da eine klare Marschroute wählt. Ich kann mir vorstellen, dass einige über ihre Zukunft nachdenken. Es ist aber normal, dass alle warten, bis Klarheit herrscht, ob wir in der zweiten oder dritten Liga spielen. Das ist ein großer Unterschied. Und deswegen finde ich, hat Karrel Gerraths damit auch recht. Es ist ja durchaus logisch, dass aktuell die Zukunft von allen unsicher ist. Alles andere wäre ja auch irgendwie komisch. Am Ende kann man das sicherlich etwas runterbrechen, Wenn man dann mal überlegt, dass von den normalen Mitarbeitern auf Schalke auch die Zukunft sehr unsicher ist, ist das sicherlich das viel, viel größere Problem als das von unseren Spielern. Denn wir haben es ja auch schon bei dem Abstieg zum Beispiel 2021 erlebt. Die werden schon auch vielleicht sogar bessere Klubs für sich finden, wo sie ähnlich gut verdienen können oder eine noch größere Rolle rein sportlich gesehen spielen können. Aber auch deswegen hat Karrel Gerraths, wie er gegenüber der Watz erklärt hat, auch nochmal ausführlich über diese ungewisse Zukunft mit seinen Spielern gesprochen. Die Gerüchte und mögliche Vereinswechsel sind normaler Teil des Fußballgeschäfts. Aber ich habe den Spielern deutlich gemacht. Wir haben noch sieben Wochen vor uns. Erzählen wir gute Ergebnisse. Gibt es für alle gute Lösungen. Gelingen ist das nicht, ist es für alle schlecht. Kollektiv und individuell. Und deswegen haben ja auch dann manche immer so ein bisschen die Befürchtung gehabt, ja gut, aber wenn jetzt zum Beispiel Schalke sagt, wir wollen im Sommer den Kader komplett umbauen. Warum sollte man sich denn als Spieler dann noch anstrengen, für Schalke irgendwie alles zu geben, wenn man eh gehen muss? Aber ich finde, auch das hat Karrel Gerraths ganz gut ausgedrückt. Natürlich geht es auch für jeden Spieler, um sich selber sich zu zeigen, für Schalke, für einen neuen Verein, für einen anderen Vertrag und so weiter und so fort. Da wird natürlich jetzt keiner zwingend denken, ich werde im Sommer wahrscheinlich eh gehen, warum soll ich mich jetzt noch anstrengen? Aber Karrel Gerraths hat auch diesbezüglich eine klare Forderung an seine Spieler. Die Spieler müssen professionell bleiben. Sie müssen ihren Beratern sagen, dass sie sieben Wochen lang nicht stören dürfen. Sie können sich um die Zukunft kümmern, aber bitte im Hintergrund. Und das ist auch nochmal eine klare Ansage gewesen von Karrel Gerraths bezüglich also diesem Thema, um ihm natürlich auch dann eine gewisse Ruhe reinzukriegen bei den Zukunftsplanungen der Spieler. Wie gesagt, das Interview oder besser gesagt die Aussagen waren vor dem Nürnbergspiel rund um das Duell gegen Hannover. Deswegen waren da immer noch die Rede von sieben Wochen. Mittlerweile sieht es ja etwas besser aus für uns im Abstiegskampf. Trotzdem sind wir noch nicht durch. Wir brauchen sicherlich noch drei, vier, fünf Punkte, die wir in den nächsten fünf Spielen holen müssen und ich glaube auch holen werden. Und natürlich wird auch das dann eine gewisse Ruhe reinbringen können in Zukunftsplanungen, sowohl was Schalke angeht, aber natürlich auch was unsere Spiele angeht. Denn natürlich wird im Sommer einiges bei uns passieren. Und deswegen spricht die Watz auch hier direkt mal von bis zu 15 Abgängen im Sommer, die es bei uns tatsächlich geben könnte. Und über die wollte ich jetzt auch mit euch nochmal ausführlich sprechen. Denn laut der Watz ist auf jeden Fall klar, dass es auf Schalke einen großen Umbruch im Sommer geben wird, der vor allem eben auch dann von Ben Manga geführt werden soll. Und da gibt es auf jeden Fall viele, viele Spieler, die Schalke entweder gar nicht behalten will oder abgeben möchte. Da wäre eben dann zum einen der erste Spieler mit Brandon Soppy, der ohne Kaufoption ausgeliehen ist und nicht zu halten sein wird. Plus es würde ja auch aktuell gar keinen Sinn machen, in so einen Spieler viel Geld zu investieren. Also Brandon Soppy ohne Kaufoption ausgeliehen wäre dann laut der Watz der erste Neuzugang. Dann haben wir natürlich zwei ausgeliehene Spieler mit Kaufoption, wo es auch unsicher ist. Mit Darko Chulinov, wo eine fixe Verpflichtung aktuell sehr fraglich erscheint, bedingt, weil es einfach noch nicht so richtig funktioniert. Plus eben dann, wie vorhin angerissen, Yusuf Kabadai. Kabadai, auch da ist es noch fraglich, aber ich stelle es mal einen Verbleib von Kabadai deutlich wahrscheinlicher ein, als einer von Darko Chulinov. Aber das wären eben drei mögliche Abgangskandidaten. Dann haben wir sechs auslaufende Verträge mit Michi Langer, Thomas Auwejan, Cedric Bonner, Denny Latzer und Blende Idrissi, die wohl allesamt gehen werden. Plus auch der Vertrag von Steven van der Sloot endet, wo man eben dann entscheiden muss, bekommt er einen Profivertrag, ja oder nein. Und dann wären wir hier insgesamt schon bei neun Spielern. Natürlich gibt es aber auch Spieler, die stark umworben sind und sogar auch dann Geld in die Kassen spülen könnten. Mit Assan Uedraogo und Kenan Karaman. Bei Uedraogo ist ein Abgang sehr wahrscheinlich. Bei Karaman, wenn nur noch einer Vertrag hat, muss man dann sicherlich mal schauen, was alle Beteiligten so wollen. Denn natürlich ist Schalke auch auf Einnahmen angewiesen. Denn wenn du natürlich so viele Spieler abgibst, plus eben auch generell neuen Schwung in die Mannschaft reinbekommen willst, dann brauchst du eben auch ein gewisses Transferbudget, was sicherlich auch höher sein muss als 2 oder 3 Millionen. Dann wirst du sicherlich 5, 6, vielleicht sogar 7 Millionen ausgeben müssen, wenn das irgendwo möglich ist, um eben auch dann Ben Manga diesen Kader komplett umbauen lassen zu können. Somit hätten wir dann also schon mal 11 Spieler. Dann haben wir natürlich noch Simon Terodde mit dabei, wo es noch unsicher ist, wie es weitergeht. Das wird ja am Ende einer jeden Saison entschieden, ob es als Profi weitergeht oder dann eher als Mitarbeiter. Und deswegen ist der eine entscheidend logischerweise noch nicht gefallen. Dann soll natürlich einer ganz klar Schalke verlassen. Das wäre Timo Baumgartl als dann 13. Spieler. Sein Vertrag läuft auch noch ein weiteres Jahr. Und dann haben wir laut der Watz noch zwei Wackelkandidaten. Zum einen Dominik Drexler, der eben noch ein Jahr Vertrag hat, aber eben aktuell bei der U23 trainiert. Ein Verbleib ist bei ihm auf jeden Fall schwer vorstellbar, wenn Gerrads Trainer bleibt. Und Ibrahima Cissé, der eben noch einen Vertrag bis 2026 hat. Er war ja bereits ein Leihkandidat im Januar und könnte eben dann im Sommer auf jeden Fall auch gehen. Die Frage ist eben dann hier, ob per Verkauf oder per Ausleihe. Somit wären das also laut der Watz die 15 möglichen Abgangskandidaten. Für mich sind das aber nichtmals alle. Da kommen nochmal zwei, drei Namen hinzu. Wie beispielsweise Tobias Mohr, der die letzten Wochen gar nicht mehr im Kader gestanden hat. Oder eben dann auch Lino Tempelmann, der aktuell, warum auch immer, auch keine allzu große Rolle spielt. Und somit bleiben gar nicht mehr so viele Spieler übrig. Marius Müller und Ralf Fährmann fürs Tor. Klar, auch bei Fährmann kann man diskutieren, aber ich glaube nicht an einen Abgang im Sommer. Thomas Callas, Leo Greimel und Marcin Kaminski in der Innenverteidigung. Ich glaube auch, dass alle erstmal bleiben werden. Plus Keketopp im Sturm. Die haben alle noch einen Vertrag bis 2025. Bis 2026 haben wir eben dann David John Merkin und Henning Matriciani, wo ich auch keinen Abgang sehe. Ron Schallenberg, der auch glaube ich auf Schalke bleiben wird. Plus Paul Seguin, der unter Gerrits natürlich wieder wichtig geworden ist. Plus eben wie angerissen Tempelmann. Und Vertrag bis 2027 haben sogar Vitali Becker und Brian Lassem, die sicherlich auch erstmal bleiben werden. Also wir sehen, auf Schalke kann und wird im Sommer einiges passieren. Bis zu 15 Abgänge sind auf jeden Fall möglich. Vielleicht sogar einen Ticken mehr. Ja, aber natürlich muss auch dann am Ende es so richtig funktionieren können. Und ich glaube auch, dass Schalke diesen Umbruch braucht. Klar ist, es wird nicht einfach sein, jeden Spieler abgeben zu können. Plus natürlich auch dann eine gewisse Ablösung zu kassieren. Aber es wird wichtig sein, diesen Kader wirklich nochmal auf links zu drehen. Könnte man ja fast schon sagen, komplett neu auszurichten. Um dann im Sommer eben auch neu anfangen zu können. Und jetzt interessiert mich eure Meinung dazu. Plus aber auch explizit zu Yusuf Kabadai. Würdet ihr Kabadai kaufen? Ja oder nein? Für eben diesen Preis von ca. 800.000 Euro bis 1 Million? Schreibt dazu und zu allen anderen Themen gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Anale Schalker. Anale Schalker.